Als nächstes die Nummer 17, das ist der Einhard mit dem Siebens. So, wir haben hier noch einen Impfpass gefunden, ausgestellt von der Tierarztpraxis weiter für die Vivian. Aber ich glaube, wir waren sehr schnell noch Vivian und Harald Krippel. Gibt's das hier, Herr Müller? Ich weiß nicht, wer schon durchkommt. Das ist ein Fenner. Das ist ein Fenner. Wenn das Fenner platziert ist, ja. Das ist ein Fenner. Der dritte Erste. Ah, gut. Oh, scheiße. Oh, Gott. Ja, gut. Das ist kein Zwei. Hey, hat er bei, komm mal. Hup. 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 Das war's für heute. Ja. 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 Die Stahl liegt wieder. Weiter machte die Beranard. Ja. Mit der Fini. Ich dachte, was ich noch kurz ist. Ja. 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 Das gibt leider keine Werbung. Leider mal, der Rennen hat mit Chibi, ich sage mal 47. Da hat Chibi die Anfangsung selbst geschafft und holt sich dann doch noch ein Begab. Dann hätten wir zwei Zwiebeln mit Muri. Das war's, das war's, das war's. Vielen Dank.